Versicherungsschutz gegen verstopfte Toiletten. Ich weiß, ihr werdet es nicht glauben, aber mir ist mein Handy in die Toilette gefallen. Okay, dass das Handy versichert ist über unsere Elektronikversicherung, das wisst ihr ja schon. Aber ich habe das Handy nicht aus der Toilette bekommen und musste einen Rohrreinigungsservice beauftragen. Christian, ist jetzt peinlich, aber ist der Rohrreinigungsservice versicherbar? Ja, Ralf, auf Deutsch gesagt, schöne Scheiße. Falls es in Zukunft nochmal passieren sollte, solltest du unseren Wohnungsschutzbrief haben. Denn in diesem Fall haben wir eine 24 Stunden Notfallnummer, die du anrufen kannst. Die Kollegen dort organisieren einen Installateurbetrieb, der den Schaden behebt. Und die Kostnummer nehmen wir dann bis 500 Euro. Danke, Christian, für den geilen Tipp. Und wenn ihr wissen wollt, ob ihr diesen Versicherungsschutz auch habt, dann meldet euch bei uns.